Als ich mit Burden den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Oh, oh, Burden bleibt auch hier. Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Metro 2033 Redux. Es wird schon wieder geschossen, ich glaub es nicht. Ich bitte nur, ich drüber hinweg, dass ich von einer Prostituierten komplett ausgeräubert wurde. Wie ärgerlich. Hätten wir klar sein müssen. Die wollte nur eine einzige Patrone haben. Wo kriegst du denn Spaß für nur eine einzige Patrone? Ach, nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Ja, danke. Burden, danke für den Hinweis. Aber hier sind noch diese giftigen Gas- oder Rauchschwaden. Uah! Oh nein, was ist denn... Oh, verdammt. Ich werde erstmal vorsichtig mal meine Gasmaske aufsetzen. Das war sie wohl nicht. Äh, Gasmaske. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So. Okay, der Filter der Gasmaske hält fünf Minuten. Nee, aktuell habe ich noch gar keinen Abzug. Ach, weißt du was? Dann wieder runter damit. Burden, ich komme. Warte. Ach du Scheiße. Ich bin da von Grund auf neugierig. Wo geht's denn hier links lang? Warte. Hier musst du besonders leise sein. In der zweiten Tunnel müsste eine Streckensperre sein. Sie dürfen uns nicht bemerken. Okay, okay. Wo geht das hier lang? Liegt hier irgendwas? Oh, was ist da? Was ist da? Lampe aus. Was ist da? Diese kleinen Viecher. Okay. Puh. Uuh. Aber die tun mir anscheinend nichts. Das ist gut. Das ist gut. Das sind sicher gerade diese kleinen Viecher. Oh, shit. Scheiße. Ich hab's wohl mitgekriegt. Okay, äh, ja. Da lang gehen wir nicht wieder. So, Burden. Ich folge dir. Oh, oh. Selbst so kleine Viecher machen mich schon fertig. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte Patronen sparen, aber... Vielleicht soll die auch einfach dem ganz normalen Storyablauf folgen. Und nicht auf eigene Faust erkunden. Was furchtbares Leben hier. Oh. Nehme ich mit. Dankeschön. Gott. Was hab ich denn da gefunden? Papierflieger. Ah, ist egal. Hier sind noch komische leuchtende Pilze. Da haben wir viel mehr Gedanken drum. Jetzt ist der schon wieder weg. Okay, welche Dosen soll ich nicht berühren? Oh, da war was. Ja, sehr fein. Ach, die Dosen. Oh, oh. Komme ich da einfach so vorbei? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Obwohl du pritzt. Jedes Geräusch ist gefährlich. Ein Messer. Eine Alternativwaffe. Patronen. Oh, eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um die Minderung zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst? Ja, eigentlich schon. Was haben wir hier? Eine weitere Schrotpfinde. Aber ich hab ja eine, oder? Mir war es, als ob ich eine Schrotpfinde gehabt hätte. Oh nein. Nein, das war nicht gut. Hör mal auf hier, so einen Quatsch zu machen. Kann ich das Messer nehmen? Kann ich nicht. So, ich habe an Waffen. Revolver. Bastardpistole. Oder Bastardgewehr. Und eine Schrotpfinde. Alles klar, brauche ich nicht. So, den Draht habe ich überwunden. Licht an, Licht aus. Patronen. Okay, Bourbon, ich komme. Warum wartest du denn nicht? Ich werde es versuchen. Oh, 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 oh. Mach mal eine Taschenlampe aus. Wo sind die denn? Da ist einer. Komm mal, den hole ich mir von hinten. Den hole ich mir von hinten, wenn das irgendwie geht. Okay. Tja, der erste ist weg. Da kommt der nächste. Kommt der oder kommt er nicht? Oh, oh. Er hat mich gesehen, verdammt. Verdammte Seuche. Oh nein. Das hat er so nicht gewollt. Gar nicht cool. Gar nicht cool. Oh, oh, oh. Kommt, nur lebend rauskommen hier. Shit. Kommt zurück. Bomben, hilf hier ein bisschen. Verdammt, das war mal richtig daneben. Das war mal richtig kacke. Oh, oh, oh. Na komm, wo sind sie? Wo sind sie? Der hatte mich doch tatsächlich gesehen. Shit. Shit. Jetzt, fall. Oh nein. Komm her, Revolver. Ich seh' dich nicht. So. Weg, Büste. Ach, das ist doch ätzend. Das war doch so gar nicht gewollt. Das war so doch gar nicht gewollt. Verdammt. Na gut, immerhin Patron hab ich gefunden. Und zwar jede Menge. Aber auch unheimlich viel verballert. Okay, Taschenlampe an. Und weiter geht's. Ja, Böben. Tut mir leid, das lief nicht so gut, aber... Kommt ja keiner an, dass mich der Horn, die da wirklich in diesem dunklen Gang auch noch gesehen hat. Okay, weiter. Aus dem Leben. Vorsicht voran. Vorsicht dich voran. Das war ein herrlicher Kopfschuss, würde ich sagen. Nee, doch nicht. Haben wir sie. War's das? Sieht gut aus. Immer her mit eurer Muni. Alles klar. So, Böben, du willst da rein, ja? Ich folge dir gleich, aber zuvor will ich erstmal hier gucken. Was gibt's denn hier? Lampe aus? Lampe an? Ah. Lassen wir sie vielleicht lieber an. Okay, mein Großer. Ich will deine AK. Die gute alte Kalaschnikow. Kröcke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten schaffen, geht's. Na? Ach, das bin ich auch nicht, aber da verlasse ich mal nicht zu sehr auf mich. Oh. Was ist denn das hier? Hauptsache Munition. ein bisschen Mun. Was war das? Was war das? Oh, spinnend. Naja, die tun mir nix. So will ich hoffen. Ach du Kacke. Oh Mann. Aufgepasst. Okay. Wird gemacht. So, Gasmaske hält. Sieben Minuten, ja? Oh nein. Wo? Wer kommt denn? Homonovus schon wieder, oder was? Oh, shit. Tatsache. Oh, shit. Die gehen nicht tot. Mitten ins Gemächt rein. Okay. Oh, so wäre der Alternativschlag. Na, warum nicht? So, lassen die vielleicht ein bisschen Munition zurück? Sieht nicht in der Haus. So, hier liegt hier was. Oh, 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 oh. Los, komm, von wo kommen sie? Wo muss ich überhaupt hin? Kontakt! Oh nein! Jawohl, gib's ihm! Sehr schön. Sehr schön, Ation. Warte, ich bin ja leider so neugierig, ne? Ich muss da hinten echt mal gucken, ob da noch irgendwas Schönes ist. Ach so, von da kam ich ja her. Alles klar. Oh Gott, ist das hier groß und düster. Hier. Psst, das ist der Militärwagen der Hanse. Die Suche nach den Banditen. Oh, dann vielleicht mal Taschenlampe aus, wa? Ein Militärwagen der Hanse. Wo sind die denn? Ich so eine Mude nicht, Kegel. Na komm, lieber verstecken. Lieber verstecken. Burben, sind sie weg? Sind sie weg? Burben! Na gut. Okay. Ja, wollte ich gar nicht wissen. Das sieht aber ziemlich instabil aus. Oh, still. Komm. Oh nein, ich schon wieder. Wo? Homonovus. Ich hör sie. Oh shit. Kacke. Oua, oua, oua. Das tut weh. Keine Muni mehr. Das ist ärgerlich. Ich hab keine Munition mehr dafür. Das ist doch gar nicht cool. Oh nein. Nein. Ja, mir wurde ja alles abgenommen. Mir wurde ja alles abgenommen in der letzten Episode. Und das nur, weil ich Anton ein bisschen Spaß gönnen wollte. Was für kacke, was geht denn hier ab? Oh shit. Oh shit. Das ist ja nicht echt mal Schwein gehabt. Gott. Manchmal muss man auch Glück haben im Leben. Oh, Filter wechseln. Warum denn das? Kommen wir mehr. Neuer Filter rein. Okay. 4 Minuten 54. Ich sieh's Gott sei Dank an seinem Handgelenk. Da tickt die Uhr nämlich mit. Alles klar. Jetzt hab ich nicht gesehen, wo Bourbon hin ist. Bourbon? Bourbon! Da ist er. Da magst du recht haben. Ich freu mich schon. Ich freu mich schon. Oh oh. Nein, nicht schon wieder. Wo sind sie? Oh shit. Taschenlampe hat nicht. Ich seh ja gar nichts. Jetzt geht doch auf. Meine Fresse. Das war's, ja? Aber wenn das mal Menschen waren, dann könnten die doch mal ruhig so ein bisschen Munition springen lassen. Aber nichts ist. Warte mal, lag hier hinten vielleicht noch irgendwas. Irgendwas. Auch wenn es nur drei, vier Patronen sind. Ist mir völlig egal. Aber hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Bourbon? Wo bist du? Was sagt die Uhrzeit? Was sagt die Uhrzeit? Kannst du nur ganz schwer erkennen? Wem haben wir noch Zeit auf der Uhr? Oh 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 oh. Verdammt, wo ist er denn? Ich sollte nicht mal zurückbleiben. Bourbon, wo bist du? Oh Scheiße, er hat mich völlig verfranst. Ah, da ist er. Gott sei Dank. So. Weiteren Filter für die Gasmaske. Okay. Verdammt. Als wenn Norsalis hinter uns nicht genug wären, stecken wir auf einen beschissenen Frito fest. Adion, durchsuche die Leichen und versuche uns hier rauszubringen. Okay. Ja, das coole ist, die haben natürlich jede Menge Munition wahrscheinlich mit dabei, ne? Oh, neuer Filter. Scheiße. Wo bin ich hier? Ach du Kacke. Sind das wieder die Schwarzen, die mir irgendwie komische, telepathischen Sachen mitteilen wollen. Ich weiß es nicht. Okay, ich meine, kann man hier gut abstauen. Oh nein. Da geht ein Tor auf. Auf jeden Fall. Ich halte dir den Rücken frei. Das habe ich dir zugesichert. Oh oh. Was ist hier los? Oh 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 oh. Geh nicht durch, geh nicht durch. Geh da nicht durch. Komm Adion. Ich kann nicht anders. Es zieht mich da hin. Lauf. Lauf Großer. Okay, ich bin anscheinend verstorben. Keine Ahnung, vielleicht Gasmaske nicht rechtzeitig genug gewechselt. Ich weiß es nicht. So, komm. Wir gucken erstmal nach. Was kann ich hier machen? Was kann ich hier machen? Oh nein. Nicht schon wieder. Es zieht mich schon wieder zum Licht. Zum Tor. Ja, das ist ja schön. Ich habe nur nicht verstanden, wie das hier mit diesen komischen Akkus funktioniert und mit den Batterien. So, komm her. Okay, Akkus aufgeladen. Oh shit. Ja, ich komme durch. Dem geht ja richtig einer ab hier gerade. Ach Börben, hör doch mal auf. Das ist ja eklig. Ein Schwarzer. Ach du Kacke. Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Artyom, hast du diese Lieder gehört? Das wünsche ich keinem Feind. Du hast ziemlich komisches Zeug erzählt. So, ich muss mich jetzt aber echt nur damit beschäftigen. Das ist der Akku für was? Für meine Batterie? Für meine Anzeige? Ich weiß es nicht. Für meine Lampe? Das wurde irgendwie gar nicht erklärt im Spiel. Finde ich ziemlich eigenartig. Oh oh. Ich bin hier wieder nicht alleine. Jo, ich weiß es nicht genau. Irgendwann finden wir es nochmal heraus. Okay, so. Okay, Börben, ich bin bei dir. Was ist das hier nur für ein abgedrehter Scheißdreck? Ganz ehrlich. Da liegt doch eine Leiche. Oh oh oh. Gar nicht cool. Überhaupt nicht cool. Komme ich wieder zurück? Oh verdammt. Hat gepasst. So, schnell weg. Börben, ich bin dabei. Ich bin bei dir. Ich dachte, wie der ganz gemütlicher Spaziergang nichts ist. Schon zweimal abgenippelt. Auch dem fehlen die Augen. Oh, der hat richtig was gehabt. Der hat ja richtig was gehabt. Richtig geil. Okay. Liegt hier noch irgendwas? Großer, warte doch ein bisschen. Das will doch hier auch alles erkundet werden. Gerade wenn die Munnen so schnell alle geht. Und hier ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Börben bringt uns schon rein. Onkel Börben. Ja, ja, ich verstehe schon. Boah. Was geht hier ab? Was geht hier nur ab? Hilfe. Hilfe. Das wäre eine coole Sache. Ich glaube, da drin sind alle tot. Ne, da sind sie. Ja. Bist du sicher? Ich glaube, ihr gegen uns. Aua. Nimm das hier. Aus dem Bild gekickt. Ihr ollen Homo. Uuh. Boah, shit. Der hat sich ja voll zerlegt. Ekelhaft. Noch einer. Gar nicht cool. Homo Nobus. Jetzt mach doch einer die Tür bitte auf. Bitte. Die nächsten. Diese Zweischuss ist echt ein bisschen wenig. Uah. Widerlich. Ich muss erst mal, glaube ich, Medikit einwerfen. Kriegt alles nichts. So. Bei mir auch. Ganz schlechtes Timing. Uah. Haben wir es geschafft, ja? Du, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Was mag sein. In meinen Augen. Börben, alter Freund. Die Zugang. Wohin ich hatte die Ordnung ausgegeben, die lebendigen Wieden zu sehen. Simon, schau, wer die Nusalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt. Jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic. Was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Börben kommt zu Besuch. Na, endlich unter Freunden. Weg, Börben. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher. Ich kann mich helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Okay, Börben, dann erzähl mal. Wo geht's hin? Wo müssen wir hin? Oh ja. Das ist mal eine massive Tür. Äh, hallo? Wo? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020